Auf dem Campus ist sehr viel Verkehr. Wir haben vier Fußgänger, Krankenwagen fahren auf dem Gelände. Es ist alles sehr eng. In Lübeck haben wir drei ATEGO und in Kiel sind fünf im Bestand. Wir setzen die ATEGO ein, um Transporte aller Art am Klinikum durchzuführen. Hier in Lübeck ist es hauptsächlich auf dem Campusgelände, aber wir haben auch Transporte zwischen Kiel und Lübeck. Mit den ATEGO transportieren wir Speisen, Getränke, Medikamente und Stiri-Container sowie Großgeräte. Wir nutzen seit 2006 Mercedes LKW in unserem Unternehmen. Wir schätzen die Zuverlässigkeit und den guten Service.